Mein Name ist Regis Noël, ich komme aus Paris und wohne seit über 20 Jahren in Soligen. Seit 14 Jahren habe ich mich vollständiger Künstler gemacht, das heißt ich mache keinen Nebenberuf und ich habe mich spezialisiert im Portrait-Maleraum. Ich male sehr gerne die Leute und am besten ihre Seele, sage ich immer so. Das ist praktisch, was sie strahlen, versuch ich auf Papier zu bringen. Ich wollte eigentlich verstehen, wie der Picasso seine Liebe zu Frau in Farbe umgesetzt war. Was ich sehr schön bei dieser Künstler ist, ist diese positive Strahlung von vielen, vielen Bildern und da wollte ich sie nacherfinden und dann habe ich angefangen das zu malen mit die Absicht zum Thema Mutter oder stillende Frau. Wie kann man das so darstellen, dass es ein schönes Bild ist und auch eine positive Strahlung gibt. Du machst Live-Malerei jetzt hier bei Session Possible. Könntest du das mal so ein bisschen erklären? Das war einmal vor 2008 eine Idee. Der Wolf hat mir gesehen, beim Malen nicht mal überall wo ich bin oder zeichnen. Und er hat gesagt, was wäre, wenn wir etwas zusammen tun? Und dann habe ich gesagt, es wäre lustig, wenn ich versuche die Musik in Rhythmus zu malen. Und das habe ich angefangen und jetzt mache ich das seit 2008 regelmäßig einmal pro Monat hier in Solingen. Also du versuchst dann die Bewegungen mit aufzugreifen in deiner Malerei? Ganz genau so. Ich probiere mich nicht zu konzentrieren auf die Ergebnisse. Sonst würde ich wahrscheinlich Stress bekommen, weil alle gucken mich an. Aber ich lasse das einfach los und was rauskommt, kommt raus. Und die Zuschauer können sich das auch direkt mit anschauen, richtig? Das wird also live übertragen. Vielleicht kannst du das kurz erklären? Ja genau. Was ich gerade male, wird gefilmt mit einer Kamera oder aufgenommen mit einer Kamera und sofort auf der Leinwand projiziert, dass alle Besucher der Konzerte sofort sehen können, was ich male. Die können dann die Künstler bewundern. Malst du auch ab und zu die Zuschauer? Die Zuschauer male ich auch, wenn da was kommt. Es ist nicht selten, wenn jemand Geburtstag hat, dann macht er mich ein kleines Zeichnen und wird das Bild integrieren. Man muss nicht vergessen, sie sind ungefähr 20 Meter entfernt von mir. Es ist ein bisschen schwierig, sie ähnlich zu malen. Aber generell machst du auch Porträts, das können wir uns jetzt hier mal anschauen. Aber was machst du sonst noch? Ich mache sehr viele Schnellporträte bei Veranstaltungen. Man kann mich buchen für Geburtstag, für Party, mit Musik oder ohne Musik. Und davon lebe ich. Und wer auch an deiner Kunst interessiert ist, wo kann man dich finden? Man kann hier im Atelier, 10 Meter von hier ungefähr, wo wir jetzt gerade sind. Und die Leute können mich besuchen, mich buchen oder spontan ein Porträts verlangen von mir, mache ich alles. Vielleicht noch die Homepage sagen? Man kann bei mir www.regisenoel.de finden. Abonneere von www.regisenoel.de www.regionel.de Vielen Dank.